Optionsscheine, Derivate, Zertifikate, ist das das Mittel, um aus wenigen Euro Hunderttausende oder Millionen zu machen? So kommt es mir zumindest vor. 15.000 Euro im Monat. Jawohl, ja! Im Internet gibt es zahlreiche Beispiele, wo Leute aus wenigen Euro mehrere tausend Euro gemacht haben, innerhalb von kürzester Zeit. Und ich frage mich dann immer, was steckt da wirklich dahinter? Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Und natürlich juckt es einen dann in den Fingern, das Ganze mal selbst zu probieren. Deswegen dachten wir uns, nehmen wir doch mal 500 Euro und testen das Ganze in der Praxis. Vielleicht lernen wir ein Stück weit, vielleicht verbrennen wir das Geld oder machen einiges draus. Das erfahrt ihr im Video. Ganz ehrlich, ich musste auch erst nochmal nachdenken und nachschlagen, was Optionsscheine jetzt tatsächlich sind. Das mit der Uni ist dann doch schon ein paar Jahre her. Deswegen habe ich in den Unterlagen gekramt und hier eine kurze Definition. Keine Angst, es wird nicht zu theoretisch. Also was sind Optionsscheine? In kurz vorn, Optionsscheine sind Finanzprodukte, die von Banken oder Wertpapierhäusern, Emittenten herausgegeben werden. Sie beziehen sich auf einen hinterlegten Basiswert. Dieser Basiswert kann eigentlich alles Mögliche sein. Indizes, Einzelaktien, aber auch Währungen und Rohstoffe sind möglich. Die genaue Ausstaltung bestimmt dann die herausgebende Bank. Der Reiz der Optionsscheine liegt in der Hebelwirkung der Optionsscheine, wodurch die Chance besteht, bereits mit kleinen Beträgen überproportional von der Entwicklung des Basiswertes, also zum Beispiel Kurs, Aktie Apple, zu profitieren. Natürlich auch vice versa, wenn das Ganze gegen dich läuft. So weit, so gut, Wissen nochmal aufgefrischt. Jetzt dachte ich mir aber, wir wollen nicht blind in das Experiment rein starten. Und dann habe ich mal überlegt, wen kenne ich denn noch? Und da ist mir Vincent tatsächlich eingefallen von früher. Selbstmade Millionär als Angestellter. Und der verdient den einen oder anderen Euro nebenbei mit Optionen. Und ich dachte, hm, der hat bestimmt noch einen Tipp für uns. Und ja, lassen wir mal hören, was er zu sagen hat. Ja, bei den Begriffen Optionsscheine und Optionen kann man tatsächlich schnell mal durcheinander kommen. Oder das eine mit dem anderen verwechseln, wenn man dann nicht so sehr im Thema steht. Das liegt neben dem ähnlich klingenden Namen daran, dass es auch viele Gemeinsamkeiten in der Funktionsweise und den Begrifflichkeiten aus beiden Feldern gibt. Put, Call und Laufzeit sind zum Beispiel bekannte Begriffe, die in beiden Welten vorkommen. Es gibt aber auch erhebliche Unterschiede. So ist man mit Optionen scheinen ein Stück weit der Willkür des Emittenten, meist einem Kreditinstitut oder einer Bank ausgeliefert. Und du kennst ja das Sprechwort, die Bank gewinnt immer. Und im Grunde nutzt der Herausgeber eine klassische, also eine echte Option, reichert sie mit Gebühren und Vorteilen für sich selbst an, und verkaufst sie dem Kunden entsprechend teurer. Zusätzlich geht mit den Scheinen auch noch das sogenannte Emittentenrisiko einher. Und was das im Extremfall heißt, haben Inhaber von Zertifikaten der Pleitebank Lehman Brothers bitter erfahren müssen. Ein Totalverlust ist möglich. Optionsscheine kann man initial nur kaufen. Verkäufer ist der besagte Emittent, dann muss das entsprechende Underlying sich in die von dir vorhergesagte Richtung bewegen, damit du überhaupt Geld mit dem Schein verdienst. Die echten Optionen, wie ich sie nenne, sind reguliert und standardisiert, werden nicht von einer dritten Partei emittiert und schließlich von zwei gleichberechtigten Partnern über einen speziellen Broker an einer Börse gehandelt. Willkür und Risiko eines Emittenten entfallen somit. Vielmehr können Optionsverkäufer hier als die Bank auftreten und Optionen eben nicht nur kaufen, sondern auch initial verkaufen. Das ist aus meiner Sicht die deutlich interessantere und lukrativere Seite beim Optionshandel und stellt auch den wesentlichen Anteil meiner Grundstrategie als Stillhalter dar. Okay, da kommt es vage wieder hoch. Ich erinnere mich noch an die Skripte aus Derivate. Grüße gehen raus an meinen Professor. Aber ja, wenn ihr mal die ganze Vita von Vincent hören wollt, dann nehmen wir ihn auch gerne mal als Interview. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt das schon mal unten in die Kommentare. Nochmal gut war auch der Hinweis von Vincent, dass die Bank hier immer unser Gegenspieler ist. Das ist natürlich immer schon nicht perfekt. Das soll uns aber nicht abhalten, das Experiment zu testen. Denn man lernt Schwimmen ja nicht auf dem Blatt Papier, sondern wenn man ins Wasser springt. Deswegen habe ich dem Stefan mal 500 Euro gegeben und habe gesagt, versuch mal hier sozusagen das Beste draus zu machen. Bleibst du Angestellter oder dann finanziell frei? Wir schauen mal, was daraus geworden ist. Ja, so ein Selbstexperiment startet man natürlich nicht mit seinem eigenen Geld, sondern am besten mit dem Geld von anderen. Deswegen hat mir Basti auch schon die 500 Euro überwiesen und ich werde mal schauen, wie ich sie am besten verbrennen kann. Ja, denn das Problem mit den Optionsscheinen haben wir ja schon angesprochen. Du kannst sehr schnell sehr viel Geld verlieren. Das liegt natürlich an der Hebelwirkung, die nach oben und nach unten hin genauso wirkt. Also wie bei Aktien in der ETF die Position kauft und liegen lassen, funktioniert bei den Optionsscheinen in der Regel nicht. Es ist wichtig, dass man die Nachrichten verfolgt und schaut, was in der Wirtschaft abgeht, dass man besser seine Position einschätzen kann. Ein weiteres Problem, auf das man bei den Optionsscheinen sehr schnell trifft, ist die breite Auswahl. Man muss sich dort erstmal durchkämpfen und schauen, welchen Optionsscheinen soll ich überhaupt kaufen, welchen soll ich nicht kaufen, welcher ist gut, welcher ist schlecht. Also das dauert erstmal seine Zeit da, den passenden Optionsscheinen für sich zu finden. Dadurch, dass es so eine breite Auswahl an den Optionsscheinen gibt, ist das natürlich eines der weiteren Fallschritte in diesem Experiment. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich Schritt für Schritt vorgegangen bin. Also wie kann man jetzt am besten bei der Suche des richtigen Optionsscheins vorgehen? Also grundsätzlich am besten, wenn man sich vor dem Börsenstart sonntags erstmal hinsetzt, den ganzen Marktscreen, sich Gedanken macht und mögliche Szenarien überlegt. Viele ziehen zur Analyse auch gerne verschiedene Schartechniken ran. Dazu gibt es verschiedene Ansichten. Für manche ist Schartechnik Kaffeesatz lesen, andere ziehen damit gute Erfolge. Wie immer beim Investieren muss man seinen eigenen Weg finden und schauen, was für einen persönlich am besten funktioniert. Die gerade beschriebene Arbeit mit Sonntags hinsetzen, dem Marktscreen, vielleicht noch Schartechnik heranziehen und so weiter, habe ich mir persönlich jetzt aber nicht gemacht, sondern bin so gestartet, wie vermutlich jeder Beginner erstmal starten würde mit sehr einfachen Überlegungen. Dazu habe ich mir eine x-beliebige Nachricht herausgepickt. In diesem Fall Höhenflug des Ölpreises geht weiter. Also wir wissen ja, der Ölpreis steigt seit Tagen und ich habe versucht mit einem Optionsschein von dieser News zu profitieren. Also war meine weitere Überlegung, dass eine Aktie wie die Shell von diesen News getragen werden könnte und ich habe mir überlegt, dass ich die Shell-Aktie mit einem Optionsschein hebeln möchte. Also bin ich als nächstes auf den Kursverlauf der Aktie gegangen und habe mir angeschaut, welches realistische Kursziel man für diese Aktie annehmen könnte. Hier sieht man auch schon, dass die Shell-Aktie in den letzten Tagen etwas nach oben hin ausgebrochen ist. Also bin ich vermutlich mit einem Optionsschein auf die Shell-Aktie hier schon etwas spät dran. Aber wie dem auch sei, das Ganze soll ja nur ein Selbstexperiment sein, also bin ich erstmal bei der Shell-Aktie geblieben. Als nächstes habe ich geschaut, welches Kursziel für die Shell-Aktie diese Woche noch realistisch sein könnte. Hier ist auch immer wichtig, sich möglichst realistische Kursziele zu setzen, dass die Shell-Aktie jetzt innerhalb dieser Woche auf 30, 35 oder 40 Euro steigt, innerhalb kürzester Zeit. Ist halt super unwahrscheinlich für eine so große Aktie. Also im Zweifelsfall lieber niedrige Kursziele zu setzen. Vielleicht entgeht einem dadurch auch der ein oder andere Euro durch die geringe Erhebelwirkung. Aber es ist allemal besser, als einen großen Verlust zu leihen, weil man das Kursziel zu hoch angesetzt hat. Also die Shell-Aktie steht hier gerade bei 20 Euro und ein paar Cent. Vielleicht schafft sie diese Woche noch 22 Euro, das wäre schon gut. Und 23 Euro, das wäre richtig gut. Also das ist ungefähr so mein Kursziel gewesen. Also wie gesagt, wirklich sehr, sehr einfache Überlegungen. Als nächstes springen wir jetzt in den Screener und schauen, wie wir einen Optionsschein für die Shell-Aktie finden können. Es bietet sich in jedem Fall an, so einen Screener wie den hier von Onbista zu benutzen, aber auch vielleicht von der Börse Stuttgart. Weil zum einen bei Trade Republic, wo wir den Optionsschein gleich handeln wollen, die Übersicht nicht sehr gut ist. Und zum anderen die Screener natürlich deutlich mehr Informationen bereitstellen können. Also gehen wir als nächstes auf den Derivate-Finder und geben unseren Basiswert, den wir handeln wollen, also die Shell-Aktie, erstmal in den Finder ein. Das Ergebnis der Suche zeigt uns dann erstmal alle Derivate, die wir theoretisch auf Shell handeln können, an. Wir wollen ja Optionsscheine handeln, also lassen wir uns erstmal alle Optionsscheine zu Shell anzeigen. Da bei Trade Republic nur Optionsscheine der Banken HSBC, City und so CET, sorry an alle Franzosen, handelbar sind, wählen wir als nächstes im Filter erstmal nur diese Banken aus. Oben im Filter ist schon richtig Call eingestellt, denn wir setzen ja auf steigende Kurse von der Shell-Aktie. Und versuchen jetzt einen Optionsschein zu finden, der möglichst nah am aktuellen Kurs der Shell-Aktie ist, also am Geld. Wenn wir hier jetzt nach einem Optionsschein suchen, der unserem Kursziel entspricht, wird es sehr wahrscheinlich in einer Enttäuschung enden, weil selbst wenn der Basiswert, also die Shell-Aktie, aufwertet, der Optionsschein nach einer bestimmten Zeit aufgrund des Laufzeitverlustes ohne Wert verfallen würde. Leider scheint es laut dem Non-Bistro-Screener jedoch keine Optionsscheine zu geben, die derzeit am Geld notieren. Deswegen habe ich den Filter nochmal angepasst und versuche einen Optionsschein zu finden, der schon im Geld ist. Das war es aber leider immer noch nicht, denn als nächstes filter ich die Liste dann nach der impliziten Volatilität. Die implizite Volatilität, kurz zur Erklärung, ist einfach nur die Kursschwankungsbreite der Bank. Also es ist ein Maß, das einfach nur aussagt, wie stark die Bank davon ausgeht, dass der Basiswert, also die Shell-Aktie, innerhalb eines bestimmten Zeitraums in der Zukunft schwanken wird. Es ist einfach nur eine Schätzgröße der Bank, denn natürlich kann auch die Bank die Zukunft nicht vorhersagen. Diese in der Glaskugel gucken Zahl ist trotzdem wichtig für uns, denn bei mehreren vergleichbaren Scheinen sollte man grundsätzlich den mit der niedrigsten impliziten Volatilität wählen. Eine höhere implizite Volatilität verteuert den Optionsschein einfach nur für uns. Weil wenn der Emittent eine höhere Schwankung des Wertes annimmt, ist das Risiko für ihn größer, dass der Wert sich in die von uns gewünschte Richtung bewegt. Wir merken also wieder, wir spielen hier gegen die Bank. Was jetzt hier eine gute oder schlechte implizite Volatilität ist, lässt sich nur schwer pauschal sagen. Bei so Standardaktien sollte sie im Normalfall so im Bereich von 30 bis 40 liegen. Ja und jetzt noch ein, zwei Worte zum interessanten Teil des Experimentes, dem Hebel. Den wirklich effektiven Hebel des Scheins lässt sich am Omega bewerten. Einfaches Beispiel, hat der Schein einen 10er Hebel und aktuell ein Delta von 0,5, ist der Effektivhebel, also das Omega 5. Wenn der Basiswert, also Shell, sich um 1% bewegt, bewegt sich der Schein um 5%. Da sich die Werte stetig ändern bei Kursbewegungen, ändert sich natürlich auch das Omega. Aber es liefert schon mal eine erste gute Momentaufnahme und wird hier auch im Filter angezeigt. Was wir aus meiner Sicht hier jetzt nicht wollen, ist ein Hebel von 1 oder 2, weil dann stellt sich wieder die Frage, warum wir nicht lieber gleich die Aktie kaufen. Ein Hebel von 4 bis 5 ist schon eher im Bereich lohnenswert und darüber hinaus kannst du natürlich selbst entscheiden, wie viel mehr Risiko du hier gehen möchtest. Ein weiterer Punkt, auf den wir hier unbedingt ein Auge halten sollten, ist der Spread. Denn der Spread ist natürlich erstmal ein Verlust, den du hinnehmen musst beim Erwerb des Optionsscheins. Und den der Optionsschein natürlich dann auch erstmal für dich wieder aufholen musst. Ich versuche jetzt hier irgendwo einen Optionsschein zu finden, wo der Spread noch bei 3% oder weniger liegt. Nach etwas hin und her muss ich leider feststellen, dass viele der hier aufgelisteten Optionsscheine bei Trade Republic leider nicht mehr verfügbar sind. Deshalb musste ich die Suche etwas umdrehen und zuerst bei Trade Republic suchen und dann hier im OnVista Screener nochmal vergleichen. Durch das Umdrehen der Suche habe ich versucht, die ganze Sache ein wenig abzukürzen. Das würde ich in der Praxis natürlich nicht empfehlen, da man so natürlich immer Gefahr läuft, nicht den optimalen Optionsschein zu finden für einen Trade, den man machen möchte. Ich habe mich dann über die Suche bei Trade Republic für diesen Optionsschein entschieden, da er noch mit einem Delta von 0,56 relativ nah am Geld liegt. Noch ganz kurz zum Delta. Einfach ausgedrückt kann das Delta neben der Sensitivität des Optionsscheins zum Kurs des Basiswertes, also der Shell-Aktie, auch als Ausübungswahrscheinlichkeit gesehen werden. Beim Delta von 0,5 bzw. minus 0,5 beim Put liegt der Schein am Geld, also am Kurs der Aktie. Es ist hier genauso wahrscheinlich, dass der Schein darüber bzw. darunter entsprechend im Geld oder aus dem Geld fällt. Das erstmal nur zur kurzen Erklärung. Wenn du dich näher mit dem Thema Optionsscheine auseinandersetzen willst, wirst du eh nicht darum herumkommen, die ganzen Begriffe Omega, Delta und Co. nochmal nachzulesen. Und dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein, auch der Kauf des Optionsscheins lief jetzt leider nicht optimal. Ich wollte ja maximal 3% Spread eingehen. Der Optionsschein hat jetzt bei Trade Republic einen Spread von über 5%. Wirklich nicht optimal, ärgert mich auch ein bisschen, also don't try it at home. Der Screener von Unvista hat jetzt hier noch ein schönes Gimmick und zwar einen Rechner, wo wir verschiedene Kursziele eintragen lassen können und dann schauen können, was bei diesem Kursziel mit unseren Optionsscheinen passiert. Also wann haben wir 80% Verlust und wann haben wir 100% Gewinn. Ja, soviel zum Experiment und wie ich dabei vorgegangen bin. Das war natürlich jetzt keine ultimative 1 zu 1 Anleitung, wie du den perfekten Optionsschein für dich finden kannst. Ich habe hier im Experiment versucht, den Zeitaufwand für mich so gering wie möglich zu halten. Es gibt in der Optionsscheinwelt viele komplexe Strategien und jeder muss dort versuchen, für sich seinen Weg zu finden, wenn er sich näher mit dem Thema beschäftigen will. Mir persönlich ist das Screenen und Suchen der Optionsscheine viel zu aufwendig und ich habe deswegen versucht, eine Abkürzung zu nehmen. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, was nach der einen Woche bei dem Optionsschein rumgekommen ist, beziehungsweise wie sich die Shell-Aktie entwickelt hat. Das Ergebnis des Experiments blenden wir euch jetzt hier mal ein. Es ging die ersten Tage nach unten für den Optionsschein, bevor es dann ab Donnerstag wieder nach oben ging. Ich konnte so nicht nur den ungünstigen Spread von über 5% ausgleichen, sondern habe am Ende des Tages auch noch 5% Gewinn dort stehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn ich den Optionsschein jetzt noch ein paar Tage länger halten würde, dass noch weiter für die Shell-Aktie nach oben geht. Das Ergebnis mag am Ende des Tages wenig spektakulär sein, aber ich habe ja versucht, etwas Risiko rauszunehmen, indem ich mir einen großen Basiswert wie die Shell-Aktie ausgesucht habe. Aber hören wir doch jetzt nochmal rein, welche Erfahrung Vincent mit Optionsscheinen schon gemacht hat. Vor über 20 Jahren habe ich selbst mal eine ganze Weile lang Optionsscheine gehandelt. Das war einerseits sehr aufregend und andererseits nach einer Weile auch sehr mühsam. Nach einem herben Verlust infolge des verheerenden 11. September 2001 habe ich mir vorgenommen, die Verluste wieder reinzutreten und dann Abschied von Optionsscheinen zu nehmen. So habe ich es dann auch gemacht und seitdem nie wieder einen Optionsschein gekauft. Mit meinem heutigen Wissen würde ich Optionen immer den Optionsschein vorziehen. Die Vorzüge sind einfach zu krass, um sie zu ignorieren. Eine interessante Randnotiz ist vielleicht auch, dass es zum Beispiel in den USA gar keine Optionsscheine gibt. Dass viele Leute in Deutschland trotzdem noch Optionsscheine kaufen, ist zum einen mit Unwissenheit erklärbar und zum anderen damit, dass viele Broker, Depotführende Stellen und Emitenten sehr stark für diese Produkte werben. Die spielen einfach gnadenlos diesen einzigen kleinen Vorteil, den die Scheine haben, so stark wie möglich aus und machen es dem Anlegerfolg möglichst einfach, Optionsscheine zu kaufen. Das tun sie natürlich, weil sie damit eine Menge Geld verdienen. Ich wiederhole mich, die Bank gewinnt immer. Werbung für den Handel mit den richtigen Optionen sieht man dagegen fast nie. Da scheint das Werbebudget hierzulande nicht so üppig zu sein und nun kannst du dir sicherlich auch denken, warum das so ist. Was können wir schlussendlich jetzt festhalten? Es ist ein Stück weit so, wie damals beim Poker ist mir aufgefallen. Die Bank bzw. der Anbieter gewinnt immer, also ist schon mal die beste Lösung, wohl eine Bank zu gründen. Also schnell reicht durch Optionsscheine? Ich glaube eher nicht. Da ist das Geld wohl besser anders aufgehoben, also ein langfristiges Investment ist es definitiv nicht für mich. Es ist wohl ein Stück weit eher mit dem Casino gleichzusetzen, als es in die Ecke der Altersvorsorge zu schieben. Wer mit Spielgeld testen möchte, kein Problem. Und wenn ich mich an meine Pokerzeit zurückerinnere, ist die Wahrscheinlichkeit dort größer, mehr Geld zu machen, als es mit den Optionsscheinen der Fall ist. Und selbst heutzutage würde ich kein Poker mehr spielen. Also das sagt schon sehr viel über das ganze Thema aus. Das ist aber nur unsere kleine bescheidene Meinung. Wie sieht eure Meinung aus oder welche Erfahrungen habt ihr denn bereits gemacht? Ansonsten lasst doch mal ein Like für Stefan da für seinen ganzen Einsatz. Und wenn ihr mehr solche Experimente sehen wollt, dann vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Bleibt mir noch zu sagen, invest smart statt hart und viel Glück bei euren Investments. Wir sehen uns beim nächsten Mal.